Das ist einer meiner Lieblingsfels und der macht richtig Spaß, ist nicht einfach nur geradeaus, mit so viel Schwung kommst du da runter, kannst du fast den 1 durchfahren. Das stüttelt jetzt hier bergauf, aber mit schön Schwung kommt man den 1 durch. Da reicht auch der Eco am E-Bike und ab hier geht es auch gleich weiter. Das letzte Stück ist noch mal bissig durch die Bäume hier durch und laufen lassen. Tschüss, schönen Abend noch. Ich hoffe euch hat es gefallen und mal gucken, was ich beim nächsten Mal für einen kleinen Trail vorstelle. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank, bist du schon. Juhu! Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Juhu! 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 Juhu!